So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute am falschen Dienstag hier in Hürst-Storzheim auf den falschen Dienstag-Zug. Es sind 16 Gruppen, insgesamt 590 Teilnehmer, die den Zug verschönern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele Kamellen. So, man sieht schon die Polizei. 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 der Karneval 2014. Wie machen da spitz die Polizei? Ja, hat er nicht die Haare schön heute? Auf die Polizei in drei verhört! Schlossheim! Polizei! Willkommen zur ersten Wagengruppe. Das ist der Zugleiter, die Zugleitung Uwe Lissner, der diesen Zug auch organisiert hat und auf die Beine gestellt hat. Auf die Zugleitung dreifach! Schlossheim! 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 Und wir kommen jetzt zu den Momos, der Zwerg in der Lotte. Mit 130 Personen. Stoßheim 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 Stoßheim